Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Von Brettern und Latten über Bauholz und Balken bis hin zu Hobelware. Im Sägewerk DAX in Straßwalchen finden Sie für jedes Projekt das richtige Holz. Ob kleiner oder großer Auftrag. Ingrid DAX und ihr Team reißen in jedem Fall Bäume für Sie aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Familienbetrieb überzeugt nicht nur mit hoher Expertise, sondern auch mit einer breiten Produktpalette, die unter anderem Rundholz, Schnittholz oder Kantholz beinhaltet. Auch Gartenhütten, Carports oder Dachstühle realisiert man zur vollsten Zufriedenheit der Kunden. Genauso wie Lohnschnitt, Lohntrocknung und Lohnhobelung. Bei sämtlichen Aufträgen vertrauen die Profis auf die hohe Qualität heimischer Hölzer. Zahlreiche zufriedene Kunden sind von der Termintreue, Verlässlichkeit und Flexibilität begeistert. Auch von der Firmen-ABC-Redaktion gibt's dafür eine klare Empfehlung. Sägewerk DAX aus gutem Holz geschnitzt.